Um die Funktionen f und x zu zeichnen, schreiben wir einfach alle Werte, die wir erhalten haben, nochmal auf. Wir hatten die Nullstellen bei plus minus 2 Strich 0, die tragen wir mal ein. Eine Nullstelle bei minus 2, eine bei plus 2. Dann hatten wir einen Hochpunkt bei 0 Strich 4. Hier ist also der Hochpunkt. Und nochmal der Punkt plus und minus 2 Strich 0, und zwar waren das die Tiefpunkte. Also haben wir hier gleichzeitig einen Tiefpunkt, oder zwei Tiefpunkte sogar. Und dann haben wir einen Wendepunkt bei plus minus Wurzel 4 Drittel und 16 Neuntel. Solche Wurzeln und Brüche können wir natürlich nicht eintragen. Wir nehmen einfach die Kommazahlen für die Zeichnung, also tippen wir das Wurzel 4 in den Taschenrechner ein. Und das gibt gerundet 1,155 für den x-Wert. Und der y-Wert 16 durch 9 sind gerundet 1,778. Und das können wir jetzt hier eintragen. Das heißt, meine x-Werte vom Wendepunkt sind ungefähr bei 1,1 und der y-Wert bei 1,78. Also ungefähr hier und auf der anderen Seite nochmal ein Wendepunkt. Und nun können wir die einfach verbinden. Am einfachsten fängt man bei Hoch- und Tiefpunkten an, weil vom Tiefpunkt aus geht es in beide Richtungen nach unten, äh vom Hochpunkt. Und vom Tiefpunkt geht es nach beide Richtungen nach oben und hier auch. Also sieht die Funktion ungefähr so aus. Da geht sie hoch, hier hoch durch den Wendepunkt und hier durch den Hochpunkt und den Wendepunkt und durch den Tiefpunkt und wieder hoch. Und damit haben wir eine Skizze, eine Skizze zumindest von der Funktion f von x. Wenn wir eine genaue Zeichnung bräuchten, dann würden wir natürlich eine Wertetabelle machen, noch ein paar Punkte einzeichnen, dann wäre die Verbindungslinie einfach schöner und genauer.